Und damit seid ihr uns zu meinen Nimmzweig Gnome, Hobbits und Egnodon zu einem neuen Letztest. Wir spielen Misk, A Tiny Tail, die Demo-Version auf dem Steam Next Fest. Und wir spielen wie es ausschaut einen kleinen Blechbüchsenroboter, der irgendwie aus dem Müll zusammen gesetzt wurde. Da bin ich gespannt was uns hier erwartet. Auf geht's rein in den Spielspaß. Starten wir. Tiny Man Names presents... A game by... Dean Yoke. Today I want to tell you a story. A tale that's very close to me. In a world where humans were no more. Teeny tiny robots the size of just a bug lived amongst the remnants of the past. Buddy, who lived atop the highest peak in the village, was a charming, wobbly fellow. His close friend Bag Boy and his interesting cat lived next door. A small community prospered in this garden village for a long time. Home it was to them. But that's the thing about home. It can warp your view of the world around you. It's exactly what began to trouble Bag Boy. See, Bag Boy wasn't like the others in the village. His look was different. His voice was different. Even his dance was different. Well, one starry night far off in the distance, a bright explosion flew light into the sky. Down came golden, shiny, sparkly objects that rained through many lands. Bag Boy turned to Buddy and used this opportunity. Haven't you wondered what else is out there, Buddy? Will you join me? He said with hope. And with a nod of his head, it was decided. Once the sun dawned a new day, our little friend's adventure would begin. If only they knew, what was our beautiful thing. If only they knew, what was our wonderful thing. That looks fantastic. Okay. The garden village. The garden village. We are all around. das ganze erinnert mich jetzt vom intro her so ein bisschen an das könnte so ein bisschen könnte das kind das ganze mix aus aus chibi robot sein und pickman chibi robot und pickman das ist so ein bisschen ja natscht mich dran ist ist das ding on hello hello it's good morning to you buddy today's big day our adventure begins well for me it's actually begun already i've had a bit of a head start i couldn't wait so i went out while you were asleep i hope you don't mind i mind i mind woke me up from a beauty sleep i was dreaming about bathing in a plate of food oh hush you i am at the gate near the end of the garden which if i need anything i'll be sure to give you a call okay i heard the explosion last night caused all the community gates to shut down apparently those gold things can be used to fix them too the gatekeeper told me if we find eight cocks with gay cocks he can get our gates up and running bring what you need and meet me there next next don't listen to freak ever and we play with the small robot here this is very nice very cool ist der nicht süß space können wir springen mit unserer feder die grafik sieht auch wunderschöne aus ich mache das jetzt schon nein jetzt ich bin nicht aber die grafik müssen doch über die laufrutsche nein sie sind schon unten vielleicht hier hoch ich weiß doch geht das ganze doch richtig machen ich will das ganze doch richtig machen Das ist ein Koch. Den zweiten Koch gesammelt. Ach süß! Nice. Und jetzt schon den süßen Verliebtier. Dann komm ich gleich runter. So süß. Ach, Mann. So blöd du's. Ich hab' den Zettel. Der Reader. Ich hab' den Schildz-Typ. Ich hab' den Schildz-Typ. Ich hab' den Schildz-Typ. Der Schildz-Typ. Und hier machen wir ein bisschen Plattformen. Ich hab' den Schildz-Typ. Ich hab' den Schildz-Typ. Der Schildz-Typ. Der Schildz-Typ. Der Schildz-Typ. Ich hab' den Schildz-Typ besser als der Zettel. Ich finde, das sollten sie auch übersetzen. Und wenn wir den deutschen Namen kriegen, das sollte er auch Schildz-Typ heißen. Wenn man das Spiel in Deutschland verwendet, dann nennen Sie die Zeitung der Schildstube. Das ist Schildstube in Deutschland. Schildstube. 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 Ein Minial. Ein Holz Minial. Es ist... Es ist wirklich viel an Pikmin. Hier. Pikmin und Shibiru-Boot. Genau. Das ist der... Wen haben wir denn hier? Hey, Buddy. How are you? I'm good. Doing good. Very good. Lots of energy. Just on my morning run off course. It's two schools. Let's get to where you want to go. Let's go. Man. I could really go for an energy bar right about now. I know there's bound to be one around here somewhere. I've come across too many before. Just my luck to not find anyone today. If you ever come across any snacks. Hit me up. You know where to fight me. Der kleine Sportler. Und dann. Hey, wo bist du? Happy... Happy morning to you... Dear dear. It's lovely to see you again. What are you up to today? Oh. You and Bagboy are going on an adventure together. Well... That sure sounds like a hoot. I mean, Bagboy is... He is an odd one. I feel like I almost never see him. He is always docked away in his house with that interesting cat. But we all seem to be pretty close. Just a flick to stop scratching my house. It's not a play to it. Those winds were crazy last night. My dearest flower who flew right up there. I tried to do everything but I couldn't reach her. You've got that spinning thing on your head, right? I bet you can reach her quicker than I can say. Popotomotor is cryptaliophobia. Grab my flower hoop and I'll make it worth your time, buddy. Anyway, I'm gonna go back to Starlink. It's my beautiful flower hoop. Not like I got so much as to do that today. That was of course. Ah, the Schultz type has already done something. I was curious about that bulb on your head. I noticed that it turns on automatically whenever you find yourself in a dark room. Is there some sort of sensor? Let's say it must be a sign of a bright future. Let's there be light. Singt. Der Schultz-Typ. Gezeichnet der Schultz-Typ. Ach, der Schultz-Typ. Den mag ich jetzt schon. Schultz-Typ-Fandom. Oh, jetzt wirklich dunkel. Was haben wir hier? Oh, noch ein Schultz vom Schultz-Typ. Dear Reader, I may or may not have locked up this golden cock last night before sneaking off. I read in my comics that any good hero is a diverse moveset. Sometimes you have to crawl under this situation. Gezeichnet der Schultz-Typ. Sehr schön. Es ist weg. Okay. So, Raum ist nur das. Hier gehts auch nicht weiter. Nur das Schild vom Schildbezug. typ und der kopf gegen die 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 kopf die man sammelt haben ganz eines kopf mutter heißen im menschen dass das das war das mal das so übersetzt kann die mutter zur schraube es sind muttern wir sagen achtung oder achtung achtung oder nicht Oha, ein Nachricht. Ich habe nur ein paar Sachen in der Kandu-Store gekauft. Sie haben ein paar gute Items da. Ich bete Erwin Ehring wollte, dass du ein paar Sachen zu halten hast. He's mean, he said if we get in danger, Bearboy can just throw me at them. I don't think I have the strength in my arm to throw even half of Guphleck. Okay, a chop Wiffle with Wiffle. Can my name a name? welcome welcome thank you for choosing can do what can we do for you today we got some new stock today managed to grab one of those gold shiny do that last night it's gold shiny it's gonna be renewable to someone right it's also got safety pin for sale this is a weapon will do its best at keeping you safe it's the key to any adventure I'm sure of it so what will it be waiters can do that's you for the purchase please enjoy your item thank you again for choosing can do you know standard coffin we come back kisses it was not please enjoy your item so okay we have a sword ah very nice oh I love this game I love this game I have already said two levels of my game I will play the first level to end spielen and the second level will be played vielleicht noch spielen aber oh the schönest typo wieder hier i tried this in a bar it's not good taste like dust and cop maps so i looked away from the world Wenn du das lachst, das bedeutet, dass du das wirklich, wirklich willst. Sei mein Gäste, und du hast deine dastige Tastas. Es ist ein pre-reserviertes Snack. Okay. So, wir müssen noch den, wir müssen den, den Ring dort oben zukriegen, jetzt machen wir doch Platz, vorüber, irgendwo anders ins Abenteu aufbrechen. Wenn der Maid und den Ruten helfen, ist doch was selbst der Schimpf des. Wenn der Maid und den Ruten ist, dann ist es Koma, ist Koma, ist Koma, ist Koma, ist Koma, ist Koma, ist Koma. Der Soundweg ist doch auch allerliebst, das ist doch nicht wirklich. Es ist dieses Spiel, wundervoll. So, jetzt kommen wir da jetzt am blödesten rüber. Mal hier irgendwie hoch. Sollen wir hier einfach öffnen und abspringen? Man, das könnte ja ungefähr hier sein. Sehr schön, es ist ein Flower Boop. Me lady. Das klingt immer wieder komisch, wenn ich das sage. Also, ich weiß nicht, was das ist, was sie sicher ist, was sie gut ist. Ich bin mehr so glücklich, weil sie mit ihr mit ihr. Danke, doch. Du wirst wirklich wissen, wie ein Bot zu machen. so muss das mit unserem schwert sicherheitsnahe schwert jetzt auf selda mäßig jeweils auch hier bestimmt parallel und wenn ich endlich werden Ich weiß, dass ihr zwei close seid, aber die Sicherheit kommt zuerst. Mach's aller. So, da geht's los. Hallöchen. Look at this good boy. He is so cute. I remember we had a doggo just like this guy a few years ago. After a while he ran off and we never saw him again. Oh, I really haven't thought about him for so long. I miss him. Wait, this guy seems to be guarding a cock. He is not so friendly when I just try to grab it for him. Maybe I can give him something better than a cock to play with. Hm? Okay. In the Tama nix. Vielleicht tun wir hier was. Waschbeer-Spielzeug. Ah, ne, das ist ein Gegner. Ich finde, hier finden wir irgendwo ein Spielzeug. Oha. In Bosskampfgarten. Did I see jump down the pipe? It's the underground. It's usually empty, but Gus said he wants to find the best challenger. Speaking of me, I met Gus this morning. I've never come across someone who looks so different. He's awesome. Gus looks like a ball with a face. You know, you just described yourself. Right, Flick? If you ever get stuck, talk to Gus. We can help you get out of there. I couldn't complete this challenge, but I'm sure you will be able to buddy. Okay. Greetings, fellows. Greetings, fellow traveller. The question I'm on. I be Gus. Yes. And that, that is my name. For I am named this way. Does one have what it takes to complete my challenges? It's good. Yes. Yes. What does one wish to know? What is this place behind me? You will lay ice of trial like no other. Uncreated from trash and treasures. If you pass this trial, you will be rewarded with treasure of only the ultimate best. Do not worry if Horden failed. I will assist in recovering you before you reach your doom. But be warned, you will leave from the start again. Okay, yes, yes. Dann lass uns loslegen. Das fängt noch schnell. Jumping one. Ein bisschen Jumping one-Skills austesten. Es wird jetzt hier noch nicht so schwer sein. die tür auf wahrscheinlich mit zeit schluss ist gut mal langsam weilen oder nicht ok gibt es einen schatz für uns jetzt gleich weiter jetzt hoch die gibt es nicht ganz Ah, links. Ach, links. Oha! Natürlich. Das war dann schon ein bisschen härter. Müssen wir durch den Link. Hätte es noch mal schon gegeben. Es ist jetzt nicht so weit. Das haben wir schon geöffnet. Jetzt. Ist doch schon wieder da. Hm. Okay. Na gut. Ich würde mal sagen. Hoch hier. Haben wir noch anderes zu machen. So, das ist der Tor-Typ. Oh, der Schultz-Typ hat hier wieder was hinterlassen. Interessant. Dear Reader. Oha. Don't ask how but. I got the log data for the Garn Village gate. As you may have guessed, I am not from around here. Your village is certainly strange. No one's left this place in a long time. The last one to enter was someone called Baggyman. Paperboy? Something like that. I should check it again. The Zeichnut. The Schultz-Typ. Wait, does that mean Bagboy? I mean. Now that's. This community is tight. I guess. I never really. Thought about the last time anyone. Tried living here. We are the first ones who try. This place. This place. I think I have a dog here. Oh. It's a friend. Bagboy. Ah. You made it. Glad to see you here, buddy. I really wish you could be of more help. I feel a bit silly just standing here while we get cocks on rear one arm. No problem. Propel. You are useful when you feed me. I take that as a compliment flick. I may not have buddy's double jumping skills. But I am asking around the village and figuring on what happened last night. That explosion really shook things up around here. For now the best we can do is collect those cocks and ask around. If I am being honest buddy. I am glad to get out of this village. You are the only one there who doesn't think I am weird. I think you are weird too. Let's see. Let's see. Okay. Open the store. This is good. I haven't exactly had the best morning. My lockdata went missing. The gates are broken and that loud mouth cat ate my lunch. Last night the cables for the automatic gates were fired. I can manually open them with eight cocks. But ordering them will take a while. If you want to pass through early get your hands on a released eight cocks. No butts. No exceptions. It holds the same thing to your friends over there. Do you have what you need to fix? Or are you just wasting my time? Let's see. That seems to me. I would think. Let me put them in a place and crank this gear. Step back get. Right. I must count it. You don't have enough cocks for me to fix the gate, kid. You want to pass then come back with a cocks. Let's see. We need to fill it. Let's see. Maybe we'll get some of these more items. Dann können wir mal die Tamponanenprüfung mitgeben, dann sollten wir vielleicht doch nochmal Auf jeden Fall kriegen wir dann eine Belohnung, vielleicht sogar 3 Das hätten wir also nochmal versuchen Wir versuchen es nochmal So schwierig, weil der Puppe jetzt auch nicht Oh, da bin ich aber ein bisschen daneben gesprungen Warten wir dann doch nochmal Oha Wait a second Oha nein Verdammt Das ist ein bisschen fies, dass wir das von vorne machen müssen Das macht es hier etwas härter Aber unmöglich ist das nicht Wenn man ein bisschen aufpasst Ist das kein Problem Ein bisschen Konzentration Konzentration bei dem Game Oha Kann ich reinfallen Gebrotstner Einsprung Und hier Brotstner Zweiten Okay, wir sollen da jetzt weiterkommen Oha 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 Einmal versuche ich es noch Oha In den Dorf kriegen wir auch keiner Oha In den Bugs mehr In den Dorf kriegen wir auch keiner Das Mond könnte man noch einen kriegen. Das ist bestimmt auch noch irgendwo einer. Da hat keiner einen gefunden. Die Mauer. Die Mauer. Okay. Ich weiß nicht, wo noch Zeitquests oder so war, wo wir was finden könnten. Wir müssen irgendwas zum Spielen für die Uni besorgen. So, wo könnte man hier irgendwas zum Spielen für das Uni bekommen? Ich will jetzt ran. Tja, das schaffen wir hier auch nicht. Tja, da sehe ich gerade nicht überall. Kein weiter. Tja, da sehe ich gerade. Tja, da sehe ich gerade. Tja, da sehe ich gerade. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020